Die... 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 Okay... Oder geht's... Contra-Shit... Du darfst... Das Spiel ist es nicht würdig, Contra-Shit genannt zu werden! Du hast gesagt... Hä? Schau wie mein Rücken aussieht! Du bist eklig! So behaart hier! Guck mal, du hast schwarze Pixeln! Ja, aber das ist... Custom Spies! Das kann man dem Spiel jetzt nicht übel nehmen! Ja, ähm... Du denkst nicht, dass es dann besser aussieht! Alter... Ist das scheiße hier! Ihr darfst nur... Das ist das Kacke, das ist die Scheiße! Guck mal! Alter, aus meiner Axt habe ich die Füße rausgezogen! Hahaha Ich hab schon lachen, habe ich wieder bekannt! Geil, geil, geil! Guck mal, so ein Axt komisch! Aber würdest du das Spiel scheiße finden, wenn es die richtige Contra-Engine hätte? Eigentlich nicht so richtig, aber... Nee, ja, ist es ja nicht ein schlechtes Spiel! Man kann drüber lachen! Ja, was muss man da machen? Schon killt's mich! Mann! Ich wüsste gar nicht, dass ich einen Rucksack hab! Bleib mal stehen! Man sieht das doch! Oder? Wenn du so nochmal stehst! Ich wüsste nicht, dass ich so einen Rücken hab! Alter... Das ist übelst einen haarigen Rücken, ne? Bei Contra! Ich hab' ich! Das kann man einfach falten! Guck dir diese schwarzen Falten an! Das kannst du nicht falten nennen, oder? Doch! Mann! Guck mal was mit einem Achsenhahn kommen! Schüsse raus! LOL! Du Bob! Das übelst viel Leben verloren! Ich hab' nur eins verloren! Alter, halt dich fest! Was ist das denn? Ne, guck dir mal diese schwarzen Pixel an! Ich hab' nur einen Haare! Und selbst Sven, was ist dir gefallen? Ne! Mit so ner haarigen Schmuchtel-Donne! So, warte! Warte! Genau! Ja! Das schaffst du nicht mehr nachdenken! Ich muss... Nein, pass auf! Das hat bei dir auch geklappt, als ich da war! Achso, ich wusste ja nicht, dass du genau auf der Kette warst! LOL! Und was ist jetzt da oben? Öl oder sowas? Auf der oberen... Ober... Oberer... Ebene! Ja, Bill Weiser! Zeig mal, was du hier kannst! Kannst du nicht mehr nachgehen? Ha! Ja, Beine weit machen! Das kann ich nicht! Ha! In den Credits von Cross-Over steht Contra Force! Tät mich schämen! Warte! Warte! Ist ja jetzt mal sowas von... Wer schindert? Scheiße! Rambods eingesammelt! Diese vierte Sack! Äh... Ha! 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 Was wollen die hier? Wir müssen mal zurücklaufen! Wir müssen zurücklaufen! Aber... Aber... Das ging ganz zu schnell! Ey lol! Man kann ja immer wieder diese Dings einsammeln, wenn man zurückläuft! Na... Warte mal... Mach du noch mal! Ey, warte noch mal! Ich bin mal voll aufgraben! Warte mal! Und... Beides so fast... Was wird eh nicht springen? Man wird es eher anpacken! Was? Keine mehr! Hier! Zurück! Ja, ich will immer mehr upstream gehen! Wenn uns das Spiel vergisst, dass du überhaupt da war! Ja! Nein! Ja! Das ist auch so cool! Wollte mich verorschen! Schau mal, man sieht nur meine Füße! Du muss ja mal wo ich bin! Guck mal wo ich bin! Eine Power-Up sind weg! Ja! Das ist zum Kotzen! Und Alter, wir können auch unsere Schüssel auch begrenzt von Reichweite! ich würde mich mal echt ich frage mich ob in der Liste von den 100 besten NRS Games auch Kontraforst dabei ja guck mal Träume werden ne Worte Träumen kann man woanders eigentlich oder 4 ist dabei sowas hier komm noch mal zurück Kontraforst ist tb warte ich tue mal voll diesmal gehe ich nicht so weit hin da tm was heißt das wollen wir es ausprobieren ihr wollt mich verarschen oh lol hg mach mal du hg also meine Bombe haut riech rein guck mal an die man diese fette Scheiße an hier wer dieses spiel in seine NRS eingestaltet hat hat seine NRS geschmutzt guck mal wie die NRS schon in die Knie geht und dann die Bomben ey ah komm wir gehen hoch ich downgrade mich mal ich bin nicht behindert ja was muss man hier machen mir nachgehen mir gefällt die Platz ah warte 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 gehen wir zurück ich habe folgende Theorie Dr. Watson sie gehen mir jetzt nach und gucken wer ist Dr. Watson wer ist Dr. Watson nichts machen ah du weißt schon was ich meinte ja aber schau jetzt mit dem ich hab kein Bock mehr auf das spiel hast du noch Bock ich, naja noch Müll ich beschütze uns, pass auf mal du bist ein Typ mit ner Waffe hast du denk'r was stecke nimm mal die Genur, diese schwulen oh, oh, ich bin ja so schwul oh, oh, oh ich bin ja so schwul oh, oh, die Bomben haut echt nei es ist echt ein Game-Porn-O-Trimmarm na hallo was denkst du darauf stehen nee nie wieder Kontrafors fuck meine Bomben-Märze hast du nicht vorhin gesagt als ich gesagt das musst du ja einmal durchspielen hast du gesagt ja wir beide als LP ja nicht als LP aber so also als LP wenn du Bock hast ja ich hätte Bock oh Gott fuck schau mal was ich mit der Stange mache ein Strip-Dance du fette Sau aller geh nicht weiter höher sorry yeah tolle fette Säcke hier mit diesem Scheiß guck mal bei mir sieht es aus als du schießen denn du spuckst es aus dem Mund raus mutter fuck alter wie die immer ihre echt das ist Game-Porno hast du gesagt die zeigen immer ihre Ärsche hier wenn sie runter fallen ja das meine der Neger dann noch dieses der erste muss auf mich warten wir müssen das kaputt machen doch das erste müssen wir wenn es frisch machen ja was was Mann das ist mein Motto fuck ich kann es ja auch nicht mehr komm wir schießen unsere wir schießen die ab durch unsere Achselhaare ja da kann ich draufstehen ja da kann ich draufstehen ja da kann ich draufstehen warte nein ja das ist ein so es reicht doch von hier sieht es aus als hätte ich ein Cowboy-Hoot an oder? komm was von hier sieht es aus als hätte ich ein Cowboy-Hoot an naja so schwuchtelmäßig hab schon gesagt warte wir schauen wo es explodiert weiter unten Warte Warte glaub du weiter dann ist war nicht bei dir ja 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 ich bin ja genau denn ich bin ja geil denn ich bin ja geil ja was hab ich abgeschossen die Dinger echte Dinger echte Dinger ey guck dir mal diese Schmuchtelblau an ey ja Alltså schau mal wie nach oben Schuss mach abends ja ich kann nicht näher, es ist falsch runter ey komm wir müssen uns hintereinander stellen ey ich bin gewohnt vom Kontra, das ist immerhin verreckt guck mal jetzt, warte jetzt du auch ne ne hoch oh yeah stell dich mal vor mich stell dich mal vor mich ja genau oh oh GamePorn Extreme jetzt zuvor bestellen, Kontra Force was jetzt muss ich bestimmt schnell gehen was, was ist mit HOD los ich weiß, das ist übelst verpackt ne das ist ein Leben, was er da uns anzeigt oh, Alter, was soll die scheiß ja mit nem schwulen Arsch und in der Hochschluss ich dachte, wer kommt jetzt zur Fertes Raumschiff ich dachte, das Ding fällt rund auf uns ey, man kämpft hier nicht mal gegen Aliens das ist auch geil, ich finde Aliens irgendwie dumm irgendwie echt jetzt in Kontra ja in Kontra Aliens, wie ich ne so richtig ne das passt doch zu Kontra ich weiß aber, wenn die so menschlich aussehen, dann geht das schon guck mal, ich kann schneller laufen als du was ist das denn guck mal, wir spielen auch gegen Aliens ja, siehst du's, oder siehst du, das ist dieses, guck mal was muss abgeschafft? ach, doch nur, da sieht aus wie mega Schmuchtel wieso triffst du mich hier mal, weil ich mich verorsche ich hatte bis jetzt nicht einmal gekült, gell? ja, jetzt habe ich das Ding getroffen oh... oh... alle, der hat mir richtig nen Arsch gebürnt mann, Bill, bist du ne Schmuchtel oder was? in dem spiel schon ich muss sich denn hier machen ach so wir müssen die Düsen zerstören siehst du wir haben schon die zu diesem zerstört betonung liegt auf kopf für das ist auch so ein kopf weil man hört nicht was man trifft deswegen ist es behindert auto feiern ist hier gar nichts stell dir vor jemand hat sich wegen im kontra forst auto feiern ja kontra forst drück mal start ich kann es nicht jetzt doch spieler 3 ne stimmt kummer wenn schon das schon bei 2 in auf 10 FPS sinkt und müssen ich wissen wie es bei 3 ist das kommt auch noch mal kommt das kommt auch noch mal kommt ich bin und das ist wenigstens cool aus der helikopter er war ließen er geflogen links rechts unten rach mit konami kommen kommen in meinem Arsch kommen in meinem Arsch oh mein Gott was das schon was haben wir spiellich gestimmt you so weit und congratulations ha 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 no wie low und schlug hier ein wenn das so weiter geht genau das hat mit der Eirate Gamer gemeint wenn man das macht so das hat der Eirate Gamer gemacht diese Story mit diesen komischen Schriften das schläft man ein weil der fliegt runter ja der bleibt auch dann liegen gehen wir runter die ist cool aber die wir aus dem offenen SNS cooler als aber ich kann noch ein spiel das auch so komisch ist das heißt jana jones chronicles für nr ja das hast du bei Eirate Gamer gesehen nein das hab ich nur durchgespielt nicht Tempel of Doom sondern Young Chronicles oh weißt du wir müssen jetzt von innen fliegen zum zum anderen fliegel hingehen ne fliegel fliegel nein von anderen flieger zum anderen ach so wenn ich so nachdenke geht ist eigentlich das spiel cool so vom level design aber die umweltsösung ist sau unter aller sau die man diese fette scheiße an ich stehe mit einem mit mit so einem raketenwerfer und schießt nur kleine bildliche kugeln ab das kaffee 3 der nrs ja und wieder ist nur mich wenigstens ändern sich die farben der rosen man ich hasse das kohlen des wildschirms hier hat es auch behinderten gesetzt die fetten polacken die das gemacht haben ja ich hab nichts gegen polacken die polen ne das ist jetzt aber so gesagt ich hab nichts gegen polen man ja aber Viktor nennt mich auch Volker seit gestern polacken warum ne das ist eine richtige beleidigung also zu dir würde ich das niemals sagen ist eine beleidigung na ich check jetzt den Sinneswort ist nichts das ist eigentlich was gegen Polen ne ja das wort du bist gut ich bin guile oder du bist Rio ach so du hättest dich übelst upgraden können das war so geil wie auf dem Boden das sah aus als würde sich in Eiern festhalten also wie gesagt ich hab nichts gegen Polen ne ja sie siehst du jetzt wirst du da sehen was ich meine ach so jetzt kommt was dazu ach so jetzt kommt was dazu jetzt kommt ein anderer Flieger aber wir müssen drauf ach du mir das ok also die Vogelperspektive und da wird sie hier echt geil in Kontraforce JAAAAA hä? was geht hier ab? hallo? was? und ja ne du guile du guile 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 Ja! Ja! Ja, guten Nacht! Mach mal die Tür zu! Ja, Mutti! Ja! Mensch, das geht ja über so'n Sack! Weil ich muss jetzt dann waschen gehen, weil ich also nach dem Löffel kann... ...könne Pause machen! Ja! Ich will zocken, aber wenn meine Mulde da hier was mache... Ja, warum wird bei dir hier eine Rute ausgemacht? Na, weil meine Mulde nie dran denkt... ...und wenn der ausgemacht wird, dann gehe ich einfach zurück und gehen mal wieder an! Was? Ja... Weil mir geht's nicht bald dort geschlafen wird... ...wo der Rute ist... Früher ist es ja noch so, ja, wenn du vielleicht bist, hauptsache Rute ausmachen, aber nein... ...wenn Schule ist nicht... ...aber schon nächste Woche habe ich eh nur gammeln, weil die Kasten Quarzin ist eigentlich... ...könnte ich... ...naja, aber was soll ich machen... ...nach dem Internet... ...mit mir reden? Äh... ...willst du zu wegen mir so lange aufbleiben? Ich brauche Schule! Na und? Ich muss auch früh aufstehen, so lange, dann ist es auch nicht übertreiben! Gibt's keinen Charakter mehr für mich? Nein, sind alle weg! Wow, the fuck ist das! Ja, wie flüssig das auf einmal läuft, will ich verorschen! Das schreckt doch! So, wenn das so die ganze Zeit gehen würde, wäre das ja noch okay! Ja... Ich komme einfach wieder diese S raus! Ja, wieso? Geh mal da zum Cockpit, vielleicht ist da was! Ich weiß es nicht, baller mal rauf oder geh mal halt in Nähe hin! Wenn man weiß ja nie... Ach du, man kann nicht rein! Aber es ist voll weiter! Ich weiß es ist, bin oder... Ah, es ist weiter... Ah, es ist ja die ganze Zeit so auf der Map, okay! Ich bin verorschen... JAAAAA auch die Gegner sehen nicht in Kontrast guck dir doch mal an wie das Bild aufs Kronen dieses Skrull Motherfucker Ding und kaum gespielt was anderes ja okay Otofakis der Titelscreen hat sich verglitscht ja okay ich mach jetzt das aus ja